Willkommen auf dem Kanal Wissen100. Diesmal mit dem Thema Rasenpflege. Und zwar teilt sich dieses Thema in zwei Teile, da es sehr umfangreich ist. Und hier starten wir gleich mit dem Thema Düngen und Vertikodieren. Als erstes geht es um das Rasendüngen. Wann und wie oft sollte man den Rasen düngen? Empfohlen wird dreimal im Jahr zu düngen und den jeweils für die Jahreszeit zusammengestellten Dünger zu verwenden. Im Frühjahr sollte man zwischen März und Mai das erste Mal düngen. Im Frühsommer sollte man das zweite Mal düngen und ein drittes Mal im Herbst zwischen September und November. Wichtig ist jede Stelle nur einmal zu düngen, um eine Überdüngung zu vermeiden. Ist das getan, sollte bei der Dünger unbedingt eingewässert werden. Wenn der Rasen neu angesät wurde, ist es sehr wichtig, erst dann zu düngen, wenn die Halme sprießen, da ansonsten ein Teil der Nährstoffe verloren gehen kann. Der nächste Punkt in der Rasenpflege ist das Vertikodieren. Wenn der Rasen nicht schön gründicht ist, kann es daran liegen, dass zu wenig Sauerstoff im Boden vorhanden ist. Durch das Vertikodieren bekommen die Graswurzeln wieder mehr Sauerstoff und der Rasen wächst wieder dichter und ist strapazierfähiger. Doch wie funktioniert das Vertikodieren? Der Vertikodierer hat rotierende Messer, die ca. 3-5 mm tief in die Erde hineinschneiden. Durch den Einschnitt bekommen die Wurzeln mehr Luft und zusätzlich wird das abgestorbene Material mit herausgearbeitet. Wie oft sollte man vertikodieren? Je nachdem wie viel Moos sich im Rasen befindet, sollte man ein- bis zweimal im Jahr vertikodieren. Wenn die Erde feucht ist, sollte nicht vertikodiert werden. Jedoch sollte man in den Tagen nach dem Vertikodieren den Rasen gut bewässern. Jetzt stellt sich noch die Frage, wann sollte man vertikodieren? Die optimale Zeit zum Vertikodieren ist im Frühjahr zwischen Anfang April bis Ende Mai und im Herbst zwischen Mitte September und Mitte Oktober. Die Tagestemperatur sollte irgendwo zwischen 15 und 20 Grad liegen. Als Anhaltspunkt im Frühling kann man sich auch nach der Blütezeit der Narzissen orientieren. Und wie gewohnt unser Funfact zum Schluss? Auch fürs Rasendüngen gibt es eine optimale Zeit. Und zwar sind das die sogenannten grünen Feiertage. Das ist ein Zeitraum zwischen Ostern und dem Memorial Day, der am letzten Montag im Mai stattfindet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut euch auch gerne den zweiten Teil an, wo es um Sanden, Kalken und Bewässern geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Vielen Dank!